Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, auf nach Italien, ab nach Rom, ich bin soweit. Jetzt muss ich nur noch Sabine abholen. Na, die freut sich bestimmt. Ja, irrsinnig, sie war noch nie in Italien. Arpecke, unser Italienfahrer macht sich auf den Weg. Hallo, ich wünsche eine gute Fahrt nach Rom. Ich habe noch ein paar Lire, die habe ich rausgesucht. Wissen Sie, ich komme sowieso nie mehr nach Italien. Seit wann waren Sie denn nicht mehr da? Seit 15 Jahren. Hier für ein paar Spaghetti und eine Flasche Rotwein wird es noch reichen. Oh, danke schön. Aber ob die noch was wert sind? Wieso sollen die denn nichts wert sein? Na ja, mit Geld haben die ja ein bisschen Schwierigkeiten in Italien. Nur mit der Sonne nicht. An dauernd singen Sie dann auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und komme dir gesund zurück. So, wiedersehen. Ich bin gleich fertig. Kommst du noch mit rein? Ähm, hast du es Ihnen gesagt? Kein Wort. Sollen wir es Ihnen nicht doch lieber sagen? Dann lassen Sie mich nicht weg. Tag, Martin. Tag, Frau Reis. Also, das brauchst du noch. Wenn es kalt wird, dann musst du warme Sachen haben. Mama, in Italien ist es jetzt noch warm. Da hat sie recht, Lisa. Im Oktober ist es dann noch ganz angenehm. Wissen Sie? Früher hat man auch einen anständigen Koffer mitgenommen. Rucksack ist doch viel praktischer. Aber im Koffer kann man viel bequemer ins Gepäcknetz legen. Wann geht der neue Zug? Oh, noch zahlt. Ich bringe euch zum Bahnhof. Du, Papa, wir nehmen den Bus. Der hält ja fast vor der Haustür. Na, wie steht mir das? Siehst aus wie ein Wandervogel. Na, wenn schon wie ein Zugvogel. Sie sind Zugvögel, die über die Alpen fliegen und im Süden nach der Sonne suchen. Ist ja auch, Hermann. Ist ja auch gefühlt. Gute Reise, Sabine. Und du pass gut auf sie auf. Mach ich. Und seid vorsichtig. Wie ist man denn vorsichtig? Indem man nicht zu gutgläubig ist. Immer zuerst mal misstrauisch sein. Kann man so leben? Ich sag das jetzt mehr zu ihm. Martin, wir vertrauen dir Sabine an. Ich tue es, weil ich weiß, dass du vernünftig bist. Bin ich das nicht? Nein. Du bist anders. Ich will nicht sagen unvernünftig, das bist du sicher nicht, aber leichtsinnig manchmal. Leichtsinnig? Weil du bisher nur Gutes erfahren hast. Kommt gut wieder nach Hause. Ich weiß nicht, irgendwie schmeckt mir das Ganze doch nicht so richtig. Die denken jetzt, wir sitzen gemütlich irgendwo im Zug. Wir hätten ihnen doch die Wahrheit sagen sollen. Ach Quatsch, spinnst du? Die können keine Nacht mehr schlafen. Mein Vater schon gar nicht. Wenn die unser Gepäck sehen, halten die gar nicht erst an. Es ist schon dunkel. Wir sind viel zu spät dran. Wir hätten eher losgehen sollen. Was heißt zu spät? Es ging nicht eher. Wir mussten erst um vier bis vier Uhr unsere Klausur zur Hände schreiben, dann von der Uni zu mir, von mir zu dir. Es ging nicht schneller. Bist du sauer? Ach Quatsch, überhaupt nicht. Das ist doch gerade das Lustige, wenn man nicht weiß, was in den nächsten fünf Minuten passiert. Also, Salzburg ist abgeschrieben. Scheiße. Warum fangen wir eigentlich immer nur PKWs? Wir können doch mal die LKWs fahren, mit unseren Klamotten. Martin! 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 Sie haben Glück, Sie nehmen uns mit! Komm! Was ist das, wollen Sie? Bitte fahren Sie diesem Lastwagen danach, bitte! Wieso soll ich den Wagen erfahren? Weil meine Freundin dort eingestiegen ist und als ich einsteigen wollte, hat man mich zurückgestoßen. Bitte fahren Sie dem Wagen nach! Dann steigen Sie an! Ihre Freundin, sagen Sie? Ja, äh, sie hat mir zugerufen, komm, steck ein, die nehmen uns mit und ich habe sich einsteigen wollte, als ich dran war und ich eintritt vor die Brust und die Tür ging zu und los. Ja, natürlich kann ich dem Wagen nachfahren, aber wenn ich ihn habe, was dann? Na ja, anhalten natürlich, sofort anhalten. Ich kann auch auf der Autobahn keinen Wagen anhalten. Wie stellen Sie sich das vor? Sie setzen sich einfach vorhin und bremsen, bis er halten muss. Haben Sie sich die Nummer merken können? Nein, die Nummer nicht, aber die Aufschrift in Dortmund. Zwar in Dortmunder lasst du das was deutlich zu lesen. Und dann Rudolf AG oder sowas. Und, äh, haben Sie die Fahrer gesehen? Können Sie die Fahrer bescheiden? Nein, nein, das ging ja alles viel zu schnell. Und dann kriegt ich ja auch gleich diesen Tritt vor die Brust. Können Sie nicht ein bisschen schneller fahren? Sie müssen mir nur sagen, was ich machen soll. Na ja, Sie überholen und treten auf die Bremse. Na, und wenn Sie mich überrollen? Die müssen irgendwie reagieren, die müssen das Mädchen rauslassen. Sie wissen ja genau, warum Sie verfolgt werden. Na eben, weil Sie merken, dass Sie verfolgt werden. Da werden Sie zu allem fähig sein. So, lieber Freund, ich möchte Ihnen ja gerne helfen, aber diese Spielchen auf der Autobahn, überholen, bremsen, überholen, bremsen, das können Sie mir nicht zumuten. Ich will mich nicht auf so einen Wahnsinn einlassen. Die können mich doch nicht einfach rausschmeißen. Ja, aber ich lasse dich bitte in Ruhe. Ja, aber ich lasse dich bitte in Ruhe. Komm bitte, mein Freund. Ja, danke. Herr Maurus? Und haben Sie den Lastwagen gefunden? Nein, bis jetzt noch nicht. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, Ulrich AG Dortmund, ein Lastzug, das kann doch nicht so schwer sein, den zu finden. Das ist Herr Maurus. Steigen Sie mal aus, bitte. Das ist Herr Maurus. Steigen Sie mal aus, bitte. Sie haben über das Autowarn-Telefon ein Alarmhaus gelöst. Mein Name ist Derrick. Äh, hier? Ja. Wo? Tun Sie es nicht, gehen Sie nicht hin. Wo? Na, kommen Sie. Das da haben meine Leute gefunden, etwa 50 Meter weit weg. Hat das hier gehört? Ja. Ja. Malo. Wo? Wo? Ich gehe in Dortmund. Akkriminalpolizei in München? Na, Gott sei Dank. Äh, haben Sie die Täter schon? Ja, Moment mal, ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Aber Sie wissen also bereits Bescheid. Es geht doch um unseren Lastzug, nehme ich an. Na, den suchen wir ja. Wir suchen den Lastzug und die Fahrer. Aber dieser Lastzug ist doch seit gestern spurlos verschwunden. Na, gestern Nachmittag. Er wurde von maskierten Banditen überfallen. Sie haben unsere Fahrer zusammengeschlagen und dann einfach liegen lassen. Direkt neben der Autobahn, ja. Übrigens ganz in der Nähe von München. Was? Aber das haben wir doch gemeldet. Ja, zuerst bei der hiesigen Kripo und dann kam ein Anruf von Ihnen. Ich spreche doch mit der Kriminalpolizei in München, oder? Sie sprechen mit der Mordkommission. Na, mit Mord hat das Gott sei Dank nichts zu tun. Die Fahrer sind verletzt, aber glücklicherweise nicht so schwer. Nur, na ja, die Wagen hatten eine Ladung im Wert von einigen Hunderttausend Mark. Und auch, wenn wir versichert sind. Ja, und wo sind die Fahrer jetzt? Im Marienhospital. Aber das ist doch alles bei Ihnen bekannt. Wenn das so ist, besten Dank. Gut, wir melden uns wieder. Hamann, hier ist Derrick. Ist bei Euch der Überfall auf einen Lastwagen gemeldet worden? Moment, ich sehe mal nach. Ja, um 11.24 Uhr, also vor einer guten halben Stunde. Ein Lastzug aus Dortmund mit Maschinenteilen. Und die Wagen wurden überfallen? Ja, neuer Sport bei uns, der immer mehr im Kommen ist. LKWs zu klauen. Keine Lehren, versteht sich. Wann und wo ist das passiert? Kurz vor Augsburg. Ziemlich raffiniert gemacht und dann noch am helllichten Tag. Irgendwelche genaueren Aussagen von den verletzten Fahrern? Wieso bist Du gerade erst am Kochen? Wir sind dran. Warum fragst Du überhaupt? Nun, die Leute, die den Lastzug überfallen haben, suchen wir wegen Mord. Nein, nein. Die Fahrer sind zwar verletzt worden bei dem Überfall, aber es schwebt keiner in Lebensgefahr. Sie stehen im Verdacht, ein junges Mädchen umgebracht zu haben. Eine Anhalterin. Bist Du da ganz sicher, Stefan? Harry kommt runter zu Dir. Er ist schon auf dem Weg. Aber was hat das eigentlich alles zu bedeuten? Wir sprechen nachher darüber. Herr Frank? Ja? So, jetzt gehen Sie erst einmal etwas essen. Zeigen Sie Herrn Maurus die Kantine. Ich hole Sie später dort ab. So sehen die Brummer aus, wenn sie neu sind. Wie kommt Ihr so schnell an die Fotos? Die Ulrich AG hat hier in München eine zweite Niederlassung. Ihr glaubt also an eine organisierte Bande? Ja, die hier in München sitzt oder zumindest ganz in der Nähe. Spezialisiert auf Lkw-Überfälle? Ja. Die Dienststelle oder Überfälle, wie Du willst, beschränken sich bislang nur auf Lkws, von denen Sie wissen, woher Sie kommen, was Sie geladen haben und vor allen Dingen, was die Ladung wert ist. Ja. Na? Ist Dein Büro? Herrmann, ja? Ja, ja, macht schon. Ich hab oben die Maler. Sie wollten wissen, ob Sie über meinem Schreibtisch die Decke streichen dürfen, solange ich nicht da bin. Gratulieren. Gratulieren. Danke. Also bislang haben Sie nur Überfälle verübt auf Lkws, deren Ladung Sie sofort wieder an den Mann bringen konnten. Wir gehen davon aus, dass Sie auf Bestellung arbeiten. Und die arbeiten in München und im Großraum von München? Tja, auf jeden Fall führen alle Spuren hierher und hier enden Sie auch. Bleiben Sie sitzen. Ich hab noch eine Frage. Sie sind doch in einen Wagen eingestiegen und eine Weile hinter dem Lastzug hergefahren. Mit einem Feigling am Steuer. Hm. Dieser Mann. Können Sie ihn beschreiben? Er war ungefähr so alt wie Sie. Etwas kleiner, ziemlich kräftig. Energisch. Und am Anfang war ich auch sehr froh darüber, weil ich dachte, der hilft mir. Aber er half Ihnen nicht. Er fuhr immer nur 100, 110. Und ich sagte, drücken Sie doch auf die Tube, so kriegen wir die nicht. Worauf er meinte, ist sei Nonsens, einen Lastwagen stoppen zu wollen. Es hätte ja schon gereicht, wenn er hinter ihm hergefahren wäre, nicht? Nicht mal das hat er gemacht. Er ist dann auf einen Parkplatz gefahren und hat Sie aussteigen lassen. Rausgeschmissen hat er mich. Er hat mich mit Gewalt rausgestoßen. Können Sie sich nicht an die Autonummer erinnern? Ich meine, als er abschwirrte, da müssen Sie ihm doch nachgeschaut haben. M? Also eine Münchnernummer? Und dann zwei Zahlen, die sich wiederholen. Also so wie 27, 27 oder 34, 34. Das wäre eine interessante Quizfrage für Mathematiker. Wie oft können sich zweistellige Ziffern wiederholen? Als ich da am Boden lag, habe ich wirklich versucht, mir diese Nummer einzuprägen. Aber es war ein Mercedes. Es war ein Mercedes, ein 190er, silbergrau, mit schwarzen Polstern. Also Herr Maurus, können Sie den Mann so gut beschreiben, dass sein Zeichner danach ein Bild anfertigen könnte? Es könnte durchaus sein, dass der Mann dazugehört. Dass der dazugehört? Ja, inzwischen wissen wir, dass der Lastzug, mit dem ihre Freundin entführt wurde, nur wenige Stunden vorher überfallen und geraubt worden ist. Und es ist durchaus möglich oder man ist sogar ziemlich sicher, dass er begleitet wurde. Das wäre natürlich ein geradezu unwahrscheinlicher Zufall, wenn ausgerechnet der Mann im Mercedes, den Sie angehalten haben, diese Begleitung gewesen wäre. Dafür spricht allerdings, dass er fast gleichzeitig mit dem Lastzug losgefahren ist. Vielleicht haben Sie recht. Er hat mich zwar einsteigen lassen, aber er war nicht daran interessiert, den Wagen zu verfolgen. Ja, vielleicht hat er sich sogar ganz gezielt, absichtlich mitgenommen. Nehmen wir doch einmal an, er war Zeuge des ganzen Vorfalls mit Ihrer Freundin, diese Entführung und dann, wie man sie zurückgelassen hat. Und jetzt will er eben rauskriegen, was Sie wissen, ob Sie gefährlich werden können, aber das trifft nicht zu, stellt er fest. Und dann fährt er auf den nächsten Gottverlassenen Parkplatz und lädt Sie da ab. Und damit setzt er Sie erst einmal außer Gefecht. So, ich bring Sie jetzt zu unserem Zeichner, ja? Aber Sie haben Ihren Kaffee noch nicht getrunken. Da hat man die Eltern schon benachrichtigt. Ja, noch am Vormittag. Da muss ich nämlich jetzt hin. Mein Vater hat sie mir anvertraut. Du hast die Verantwortung, hat er gesagt. Und ich habe ihm nicht gesagt, dass wir bei Anhalter fahren. Er dachte, wir fahren mit dem Zug. Na ja, gut, wenn Sie meinen, dass Sie jetzt dahin müssen. Vielleicht haben wir einen Wagen vor Ihnen. Nein, nein. Ich geh schon selber. Ich könnte jetzt auch mal ein wenig Zeit. Und dann, wo ich das vor kurzem war. Ich werde jetzt nachdem, wie ich einsehnte Mal mache. Sauber und rauskriege ich michein. Das ist das gehört. Ich werde nur nochmal, was ich auch immer. Mach dir, dass es schon immer gut. Du hast sie nicht Honorare. Man muss auch haben. Du kannst, dass sie nicht mehr. Man muss von der anderen Seite nicht mehr oder nicht mehr. Okay. Die Mörder, die werde ich finden. Das können Sie mir glauben. Sie? Ich dachte, das nächste, was ich von Ihnen zu sehen kriege, ist eine Ansichtskarte aus Italien. Ja, die Reise findet noch statt. Entschuldigung. Unser kleiner Student schon wieder da? Ja. Kurze Reise gewesen, wie? Ist wohl nichts draus geworden. Martin! Martin, wir haben Glück! Entschuldigung, aber wir bräuchten Sie noch mal. Kommen Sie gleich mit? Ja. Ziemlich gut. Wenn es nicht besser wird, dann deshalb, weil ich mich einfach an mich besser erinnern kann. In der Datenverarbeitung seid ihr gewesen? Ja, aber ohne Erfolg. Auf den Fotos, die ich gesehen habe, waren nicht drauf. Da bin ich ganz sicher. Müde, oder können wir es noch ein bisschen unterhalten? Ich bin nicht müde. Ich mache alles, was uns irgendwie weiterhilft. Na gut. Und das da? Lassen wir das so? Oder fällt Ihnen noch irgendetwas dazu ein? Also, der Typ stimmt. Vielleicht war die Brille nicht ganz hoher. Dünner. Das Metall. Machen Sie mir bitte eine Abschrift davon. Na, Herr Maurus? Waren Sie bei den Eltern von Sabine? Ja. Irgendwie... Irgendwie musste ich ja mit Ihnen reden. Schließlich bin ich schuld an der ganzen Geschichte. Reden Sie sich doch sowas nicht ein. Schuld. Sie haben keine Schuld. Das sehe ich anders. Als sie sagte, was uns per Anhalter fahren, hätte ich widersprechen müssen. Gefahren oder Misstrauen anderen Menschen gegenüber, das gab es gar nicht für sie. Aber ich hätte es besser wissen müssen. Guten Abend. Ach, hören Sie. Ich habe jetzt erst in der Zeitung gelesen, was Ihnen passiert ist. Man hat Ihre nette Freundin umgebracht. Wir sind ja alle völlig entsetzt, unser Beileid. Sie waren zwar nicht verheiratet, aber es war auch eine ziemlich feste Freundin, die Sie hatten. Warum haben Sie uns denn nichts erzählt? Gibt es was Neues? Was sagt die Polizei? Herr Maurus, soll ich Ihnen was zu essen machen? Nein, Entschuldigung. Das hat Ihnen völlig umgehauen. Kann doch den Mund aufmachen. Ist doch nicht so, dass unser einer nicht mitfühlt. Der Wald ist ja nicht mit Schlammler. Ich bin nicht geheimnisvoll. Wir sind nicht mit Schlammler. Ich bin nicht mit Schlammler. Ich bin nicht mit Schlammler. Komm her, hol her! I'm better than me Heaven Heaven Hier, das ist die Liste der letzten Überfälle. Interessant ist die Aufstellung der Ladungen. Ah ja, ich sehe schon. Werkzeuge, Maschinenteile, Präzisionsgeräte, Elektronik. Die scheinenfestes Programm zu haben. Der war noch interessanter für die Termine. Alle Überfälle erfolgten im Abstand von zwei Wochen. Fassen auf den Tag genommen. Habt ihr eine Erklärung dafür? Nicht die geringste. Um diesen Tag herum verstärkt ihr eure Kontrollen? Ja, nicht bloß das. Da wir wissen, worauf die Bande scharf ist, schicken wir LKWs auf die Strecke. Nach Absprache mit den betroffenen Firmen. Die Wagen sind natürlich leer. Besetzt mit Männern unsere Spezialeinheit, die hinter einer angedeuteten Wagenladung getarnt sind. Und wann ist es wieder soweit? Genau in zehn Tagen. Der Fahrzeughalter heißt Tenschel, Jakob Ernst Tenschel. Aha, und wo wohnt der? Da steht hier drauf, hier. Dafür haben Sie Ihre 4,40 Mark bezahlt. Danke. Ja, ich hätte gerne die Mordkommission. Oberinspektor Derek, bitte. Martin, wir haben Glück, Sie nehmen uns mit! Bitte, dreigen Sie aus. Ich will mich nicht auf so einen Wahnsinn ein. Derek. Hallo? Hallo? Wollen Sie sich nicht melden? Was ist denn mit Ihnen? Sind Sie krank? Wollen Sie dich nicht? Ich bin die Waffe. Hallo, guten Tag. Bitte? Erinnern Sie sich nicht mehr neulich nachts auf der Autobahn? Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Sie waren ja sehr aufgeregt. War ja auch eine besondere Situation. Das war sie. Na, und was ist aus der Sache geworden? Meine Freundin ist tot. Was? Die Fahrer des Lastwagens haben Sie umgebracht. Wir hätten also doch dem Wagen nachfahren sollen, was? Ja, das hätten wir tun sollen. Ja, aber wissen Sie, ich habe die Sache für dich so tragisch gehalten. Herr Gott tut mir das leid. Ja, und dann habe ich Angst gehabt, das gebe ich zu. Aber versetzen Sie sich mal in meine Situation. Sie kommen da an, aufgeregt, völlig aufgelöst und schrei mich an, fahren Sie los, da vorne ist ein Lastzug, ihm hinterher. Ja, da war ich überfordert. Jetzt kann ich es ja verstehen. Ja, Sie verstehen es? Hinterher. Ja. Jetzt mache ich mir natürlich Vorwürfe. Ich muss dringend in mein Büro. Ach was, Sie sind mir jetzt wichtiger. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Ich wollte gerade in meiner Buchhandlung arbeiten. Ach, kommen Sie, wir setzen uns in meinen Wagen. Tja, ja, also, hat man die Täter? Nein, keine Spur. Das verstehe ich nicht. Sie haben den Lastzug doch beschreiben können, auch wenn Sie den Firmennamen nicht genau lesen konnten. Aber dass er aus Düsseldorf kam, das wussten Sie doch. Dortmund. Na also, da muss er doch zu finden sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ich war gedankenlos. Entschuldigen Sie, ich hätte Sie nicht in diesen Wagen bitten sollen. Vielleicht gibt es hier ein Lokaldeck bei der Nähe. Nein, nein, das macht nichts. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Außerdem müssen Sie ja in Ihr Büro. Ja, ja, das stimmt. Also, dass man den Lastzug nicht gefunden hat, das begreife ich nicht. Der Lastzug war gestohlen. Was? Gestohlen? Ja. Die ursprünglichen Fahrer hat man überfallen. Und die Leute, die hinterher am Steuer saßen, das waren Verbrecher. Die nicht auffindbar sind? Ja. Ja, und der gestohlen Lastzug? Verschwunden. Die Polizei hat Sie natürlich verloren, ne? Mhm. Aber ich konnte Ihnen leider nicht helfen. Aber vielleicht können Sie Ihnen helfen. Wie? Ja, Sie waren auch noch an der Tankstelle. Ja, ich habe ja getankt. Vielleicht fällt Ihnen noch irgendetwas ein, was der Polizei nützlich sein könnte. Ja. Also, mir ist ja nichts Besonderes aufgefallen. Ich habe getankt, bin losgefahren. Dann haben Sie mich auch gleich angehalten. Hat die Polizei denn überhaupt keine Anhaltspunkte? Überhaupt keine. Tja, was soll ich noch sagen? Ich kann nur noch einmal betonen, die ganze Sache tut mir erst nicht leid. Glauben Sie mir. Ich möchte, dass ich das ungeschehen machen könnte. Tja, dass ich kein Held war. Verzeihen Sie mir. Gut, dann gehe ich jetzt. Ich hoffe, Sie werden drüber wegkommen. Ja, das hoffe ich auch. Was ich Ihnen wünsche. Von Herzen wünsche. Wann wurde der Wagen gefunden? Kurz nach neun kam der Anruf zum Revier. Natürlich vollkommen leer. Ist das der Wagen? Ja, das ist er. Gauen Sie. Sieht aus, als wenn der Wagen ausgewaschen wurde. Alles noch fritschnass und auch alles leer geräumt. Aber es muss doch irgendwelche Fingerabdrücke geben. Ein paar schon. Aber ob Sie von den Berechtigten oder von den Tätern sind, muss ich erst noch zeigen. Das sind keine Schwulen vom Überfall. Hat Sie denn überhaupt nichts von mit was anfangen können? Na, wie schon gesagt, die haben ja alles kündlich sauber gewaschen. Es tut mir leid. Ich hätte Ihnen das gerne erspart. Nein, nein. Schon in Ordnung. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen könnte. Glauben Sie mir. Ich will diese Leute unter allen Umständen kriegen. Was geschieht eigentlich mit solchen Menschen? Sie werden vor Gericht gestellt und abgeurteilt. Wahrscheinlich kriegen Sie lebenslänglich. Aber damit kann man so etwas nicht aus der Welt schaffen. Nein. Vielleicht. Vielleicht kann man das nicht. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass wir sie kriegen werden. Ich werde sie erwischen. Ich werde sie aufspüren, wo immer sie sich versteckt halten. Ich krieg sie. Ich meine natürlich, sie kriegen sie. Ja, Maurus. Gibt es da etwas, was Sie uns bisher verschwiegen haben? Es war ganz gut, dass wir noch mal hier waren. Dass ich den Laster gesehen habe. Und gesehen habe, wo man sie umgebracht hat. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Was sind wir denn hier? Es werden alle Speditionen in München und im Umkreis überprüft. Habt ihr eine Waren gefunden? Ja, ausgehaupt und leer. Im Morgengarten irgendwo abgestellt, alle Spuren beseitigt. Hier ist alles in Ordnung? Ja. Das ist Herr Krause, der Chef. Wo ist Gott Herr Krause? Er hat uns freundlicherweise alle Unterleihen zur Verfügung gestellt. Ja, das versteht sich ja von selbst. Und ich kann nur wiederholen, dass ich es schon gesagt habe. Wir alle, alle Spediteure wollen, dass die Sache aufgeklärt wird. Und die Fahrer wollen es auch. Die ganz besonders, bitte. Hört doch mal alle her. Das sind jetzt die Herren von der Kriminalkolizei. Ihr wisst ja, worum es geht. Ich habe gesagt, wir sind ganz besonders daran interessiert, dass diese Burschen gefasst werden. Und ich habe gesagt, meine Männer können sie sich alle anschauen. Denen können sie so viele Fragen stellen, wie sie wollen. Irgendwo hier muss die Stelle sein, wo die gekappten LKWs verschwinden und umgeladen werden. Ein großer geschlossener Raum, eine alte Garage oder eine stillgelegte Werkstatt. Und hinterher fahren sie dann die ausgeräumten Wagen irgendwo ins freie Gelände und lassen sie dort stehen. Ja. Nachdem sie alle Spuren beseitigt haben. Worüber denkst du nach? Die können sich verstecken, wo sie wollen. Ich krieg sie, ich spür sie auf. Ich. Sag mal, was veranlasst denn Maurus, solche Sprüche von sich zu geben? Vielleicht ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Nur der Wunsch? Ja, Derrick. 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 Wir müssen jetzt die Köpfe einziehen. Sie kontrollieren eine Spedition nach der anderen. Von der Segerstraße haben sie doch keine Ahnung. Bist du da so sicher? Ja. Also klar, keine Bewegung mehr in der Segerstraße. Wir gehen total auf Tauchstation. Aber am Samstag brauchen wir sie doch. Du kannst hier alles abladen, sie lasst doch rollen schon. Und ich sag abwarten. Übrigens bis jetzt. Bis jetzt haben sie keine Ahnung von der Segerstraße. Was hier da gemacht hat, das war doch absolut wahnsinnig. Die müssen vorangewesen sein. Du fährst doch mal hinter uns her und passt auch, dass nichts passiert. Weil wenn mal es passieren sollte, kratzt du die Kurve. Bei uns haben sie am Arsch. Fünf Jahre knass wenigstens. Wenn so ein Mädchen kommt, ihr sollt einen Spaß haben, oder? Na ja. Schöner Spaß. Ihr habt sie umgebracht. Glauben Sie denn, ihr wollt das? Wir sind doch keine Idioten. Aber als sie uns drohte und herum machte, haben wir Manschetten gekriegt. Ja, Paulus. Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier? Sie untersuchen noch zur Zeit Speditionen. Und ich kam zufällig vorbei und dachte mir, dass diese hier vielleicht in Frage kommen könnte. Guten Tag, meine Herren. Ich weiß Bescheid. Der Chef ist leider gerade weggefahren. Ich bin sein Prokurist. Es ist uns bekannt, dass alle Speditionen überprüft werden. Woher wissen Sie das? Ja, die Kollegen haben es gesagt. Und der Chef hat gesagt, wenn die Herren kommen, zeig ihnen, was sie sehen wollen. Ich habe schon alles zurechtgelegt. Was haben Sie zurechtgelegt? Na, vor allen Dingen die Fahrtenbücher. Bitte, wenn Sie jetzt kommen wollen, da drüben ist unser Büro. Moment mal. Sie sagten, Sie sind zufällig hier vorbeigekommen. Ja. Wo wollten Sie denn gerade hin? Ja, wie ich sagte, also ich, ähm, ich kam zufällig diese Straße lang gefahren. Und da hab ich gesehen, da ist eine Spedition. Gefahren sind. Sie haben Sie einen Wagen. Ja, ich hab mir einen geliehen. Und wozu haben Sie hier einen Wagen geliehen? Ja, also, dieser gelbe da ist eine ziemlich alte Kiste. Kann ich mir jetzt keinen Wagen mehr leiden? Ja, Sie können sich leiden, was Sie wollen. Sie haben also gesehen, da ist eine Spedition. Dann sind Sie rein und, äh, was haben Sie denn hier gesucht? Ja, ich hatte vor allen Dingen im Kopf, mir die Fahrer mal genauer anzusehen. Einen davon wiedererkannt? Nein, aber das werden Sie ja machen. Meine Kollegen da drin, die sind wahrscheinlich schon dabei. Dann kann ich ja jetzt gehen. Ja, Sie können gehen. Soll ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Kaffee vielleicht? Nein, danke. Äh, wir bräuchten eine Liste mit all den Namen von den Fahrern, die bei Ihnen beschäftigt sind. Ist das möglich? Nur die Namen? Für Ihre Liste und zum Vergleich die gesamte Personalpapiere. Ja, alles schon vorbereitet, wie ich es gesagt habe. Sagen Sie, Auftragsbestätigung und Verträge mit irgendwelchen Speditionsfirmen, haben Sie die hier? Ach, äh, sagen Sie bitte, der Mann hier auf dem Foto, ist das der Chef? Ja, das ist Herr Hensch, unser Chef. Also etwas ist auffällig bei der Spedition Henschel. Wieso? Ist bei denen auffällig? Von den Verträgen, die wir mitgenommen haben, danke dir. Gibt es einen Vertrag mit einer belgischen Firma, den habe ich hier. Und zwar haben die im Transit einen Lastzug nach Jugoslawien geschickt, unser Spediteur, wie heißt er? Henschel? Genau, übernimmt den Fahrerwechsel. Ja und, was ist da auch merkwürdig? Die Termine. Zweiter, 16.30. Alle 14 Tage kommt ein Wagen aus Brüssel. Alle 14 Tage? Und wird hier übernommen. Derrick! Hm? Ja, ja, ja. Wo ist das Phantombild? Hier drüben. Darin. Hier ist es. So. Jetzt schau doch mal das Foto an. Henschel. Und jetzt darfst du mich fragen, wieso war Maurus auf dem Hof der Spedition? Auf dem Hof dieser Spedition. Guten Abend, mein Name ist Derrick. Ist der Maurus zu Hause? Ja. Danke sehr. Ich habe mir gerade eine Flasche Whisky besorgt. Was ist los mit ihm? Wie hat er sich getrinken? Vielleicht. Vielleicht erträgt er seinen Kummer. Ja. Er hat seine Freundin verloren. Ich weiß. Geht's ihm nicht gut? Ich höre Ihre Frage. Wir werden alle nicht schlau aus ihm. Man hat nur dieses Mädchen umgebracht und er trinkt und er macht Musik. Also wenn mir das passiert wäre, dann... Bitte schön. Das war unsere Musik. Das war Ihr Lieblingsstück. Das war Ihr Lieblingsstück. Ja. Wollen Sie was zu trinken? Ja. Gerne. Was ist das schlau 속? Musik Normalerweise mache ich mir nichts aus Alkohol. Habe mir nichts aus Alkohol gemacht. Auch Sabine nicht. Wir hatten irrsinnig gute Vorsätze für unser Leben. Wir hatten uns richtig ein Programm gemacht, wie wir gerne sein würden. Vorbei. Sie haben einen Stadtplan, sieht aus wie neu. Ja, Sie haben doch bestimmt auch einen. Ja, richtig. Benutze ihn beruflich. Beruflich benutze ich ihn nicht, aber... Ich sitze da und denke nach. Ach, da sind eine ganze Menge Straßen und darin wohnen eine ganze Menge Leute. Nette Leute. Und zwei davon sind Mörder. Zwei davon, von denen ich weiß, dass sie Mörder sind. Die irgendwo wohnen. Und die glauben, dass sie davon kommen. Ich habe jetzt eine Frage an Sie. Bitte, Frau. Sie verschweigen mir etwas. Ich verschweige Ihnen eine ganze Menge. Ich verschweige Ihnen, dass es mir den Moment so beschissen geht, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Also fragen Sie mich bitte nicht danach. Verschweige Sie mir wichtige Hinweise auf die Täter? Lassen Sie mich. Mich hat das getroffen. Mich und nicht Sie. Das ist meine Sache, nicht Ihre. Wir haben diesen Mann gefunden. Das ist der Chef der Firma, die wir heute überprüft haben. So? Was ist los mit Ihnen? Ich sage Ihnen, dass wir den Mann gefunden haben, mit dem Sie hinter diesem Lkw hergefahren sind. Der Sie dann kaltschnäuzig auf einem Parkplatz abgesetzt hat. Sie sagen nichts als so. Haben Sie gewusst, dass dieser Mann eine Spedition hat? Und zwar genau die Spedition, wo wir Sie heute getroffen haben. Stellen Sie da Nachforschungen an, auf eigene Rechnung, ohne uns zu verständigen. Suchen Sie die Mörder auf eigene Fausten? Und wenn ich das täte? Also tun Sie es. Ich beantworte Ihnen jetzt keine Frage mehr. Den hier, den. Den nehme ich mit, auch wenn Sie es nicht gestatten. Maus, legen Sie sich nicht mit, Professor. Das ist das, was ich tun. Ich sage Ihnen, dass wir nun nicht gestatten. Like a crime Willen Willen Like a crime Willen Just to die Willen Willen What does it mean Na ja, und dann sagte er, es hat mich getroffen, mich, nicht Sie, meine Sache, nicht die Ihre. Na ja, er hat zum ersten Mal mit einem Verbrechen zu tun, als Opfer. Dann hat er eine Freundin verloren, die er sehr geliebt hat. Dazu kommt sein Schuldgefühl. Er sucht offenbar die Konfrontation mit den Tätern. Eine persönliche Konfrontation. Ein Irrer. Ja, hat er denn nicht gesagt, was er weiß? Nein. Ja. Ja, ich bin's. Hamann! Ja. Dieser Stadtplan, der lag auf seinem Tisch. Das ist eine Straße, markiert hier Seegerstraße. Da ist ein Gespräch für dich. Ja, hier, Hamann. Ja, ich höre. Gerade losgefahren. Beschreiben Sie mir den Wagen. Ein 22-Tonner, völlig geschlossen, blaue Kabine, Aufschrift, Sodener Metall. Und die Route geht über Frankfurt-Nürnberg, ja? Ja, ganz normal. Hoffen wir, dass der Wagen Sie interessiert. Wir haben die Ladung diesmal sehr interessant gemacht. Sind Sie denn auch sicher, dass Sie davon erfahren? Sie haben es immer erfahren. Und immer über die gleiche Quelle. Wünschen wir uns alle Glück diesmal. Wir bleiben in Verbindung. Der Wagen ist unterwegs. Der Köder rollt. Na gut, dann sehen wir uns mal die Seegerstraße an. Wir nehmen den Berger mit und einen von deinen Spezialwagen. Eine Art von Himmelfahrtskommando, wenn du so willst. Kann sein, heute Abend liegen wir schon im Krankenhaus. Die anderen haben sich gewehrt. Das ist der Unterschied. Wir machen es nicht. Okay, wir fehlen nicht, wenn Sie erst am Nürnberg. Da haben wir noch viel Zeit. Ja, Henschel. So, ist unterwegs. Ja, ja. Schaut schon aus. So, den, na, metall, m, t, k, a, sieben, acht, drei, vier. Ja, 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 danke. Ja, ich fahre rüber in die Seegerstraße. Alles Gute, Chef. Das ist ein belgischer LKW. Are you ready, honey? Gern schön. Ah, ja, das Rätsel löst sich. Tja, es sieht so aus. Der belgische LKW steht bestimmt unter Zollverschluss. Und wird es hier beladen? Ja, ja, weil er leer ist. Ja, und der Wagen? Er wartet dann hier auf den, den Sie überfallen und hierher bringen. Schauen wir uns, was man hier... Ja, ich komme zu vorn. Ich muss aus dem schädesten Wege zurück. Ja, tu das. Wir sehen uns hier oben. Wir bleiben über Funk in Verbindung. Alles Gute. Berger, bleib hier. Da halten wir die Straße im Auto, ja? Komm, Harry. Das war alles schon im Laufen. Da gab es kein Zurück mehr. Steig aus, wenn du die Hosen voll hast, habe ich eben gesagt. Ja, und meiner. So, don't machen wir dann. Schuhe da. Das war's für heute. Mensch, wie kommen Sie hierher? Sind Sie allein? Reden Sie? Um Gottes willen, reden Sie? Ja, ich bin allein. Nicht so laut. Wenn man Sie hier findet, sind Sie hier erledigt. Das bin ich sowieso. Und ich weiß, dass Sie die Mörder kennen. Sind Sie wirklich allein? Keine Polizei? Nein, keine Polizei. Hören Sie zu. Ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen, dass die beiden gefasst werden. Aber nicht jetzt. Jetzt haben Sie keine Chance. Glauben Sie mir. Glauben Sie mir. Und verlassen Sie diesen Raum nicht. Also, verlassen Sie nicht den Raum. Hey, Moment mal. Der Junge ist da drin. Das ist sein Wagen. Den hast du hier ausgeliebt. Sag mal, der ist doch wirklich nicht ganz dicht. Was habe ich dir gesagt? Was machen wir jetzt? Wenn wir da reingehen, dann setzen wir die ganze Auktion auf. Wir müssen. Ein, der Junge ist in Lebensgefahr. Sollen wir tun. Na, reingehen. Ich habe mir den Arsch vor. Polizei. Ist der Schicht gegangen? Bleiben Sie schieben. Jesus. Verdammt nochmal. Falscher Polizist. Sieht bis hin. Du bist so unruhig, Chef. Ja. Ich habe auch allen Grund. Das war schon. Ich habe auch allen Grund. Ich habe auch allen Grund. Ich habe auch allen Grund. Aber ich kann nicht anders, weil ich sonst auch erledigt bin. Ich muss mir was sagen. Der Junge ist hinter dir her. Welcher Junge? Der, der von Themen das Mädchen umgebracht hat. Wo ist er? Bis oben. Da ist der Schlüssel. Was du mir die machst, ist deine Sache. Ich hab damit nichts zu tun. Ich hab damit nichts zu tun. Nein! Halt! Polizei! Keine Bewegung. Lassen weg! Bleiben Sie stehen. Marius, tun Sie es nicht. Töten Sie den Mann nicht. Marius, es wird nichts besser dadurch, dass Sie einen Mord begeben sehen. Was passiert ist, damit müssen Sie leben, Marius. 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 Achtung, Polizei! Stehen bleiben, stehen bleiben, Ende hoch! Wir haben unsere Arbeit hinter uns. Wir auch. Wir haben unsere Arbeit hinter uns. 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 Vielen Dank.